so ja greif du dir mal wieder an lock ihn auf dich ich von hinten jawoll so plus 400 ein rubin erhalten sehr schön hätten wir den eisengolem platt gemacht und auch herausgewunden dass sein rücken die schwachstelle ist wow und zack ha ok so gibt es hier noch einen Schatz anscheinend nicht mehr schade schade Schokolade hier gibt es bestimmt noch weitere Ghule öh oder so komische Saurier sind das hier welche Feuervögel ach die 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 kennen wir auch noch die kennen wir auch noch so und jawoll jetzt mal dich platt und zack und zack und zack und und jawoll jawoll so der hat nix komm zu mir Kollege hier unten haben wir noch paar Platze machen und zwar paar schwarze Ghule wow so lock mal ein auf dich jawoll wow wow jawoll 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 yes yes komm schon ja so muss es sein genau so und nur so ja also so der hat auch nur einen Knochen verloren also nix weltbewegendes an der Stelle hier liegt der andere auch nur einen Knochen nur Schlangenwurz boah meine Stimme war gerade weg hei 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 jetzt geht es aber wieder jetzt geht es aber wieder was haben wir hier oben dir hängt irgendwas hier kommt bestimmt eine Spinne raus ja das war mir doch sowas von klar so na ha das war's mit dem Vieh jetzt kriegt die voll eins auf dem Latz und da kommt bestimmt auch eine raus fragen wir nur ob man die Eier zerstören kann bevor die Spinne rauskommt das wäre mal interessant ich bezweifle es fast irgendwie so die nächste ha und jetzt machen wir dich platt die sind ja nicht gerade sonderlich schwer zu besiegen ach und hier geht es noch weiter hoch okay da auch und da auch so und ha so was gibt es hier jetzt hier gibt es gar nichts oder was der Weg war umsonst ach nee da drüben Moment da setze ich mal sowas ein bleib hier so diebeskraut spitzhacke piratenpistole und jadebrocken ach die können wir abbauen wir haben schon eine spitzhacke tatsächlich komm da bauen wir ein paar jadebrocken ab fünf jadesteine halten wenn wir das zeug schon haben nicht wahr besser als es verkommen zu lassen so also immer abbauen wenn ich was sehe wir haben eine spitzhacke hei 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 hätte ich es vorhin bestimmt auch schon abbauen können so kristallader die kann ich bestimmt auch abbauen jawoll ach jajemine und ich renne immer vorbei ich denke immer ach wir brauchen noch eine spitzhacke aber moment ist das unsere einzige spitzhacke ich glaube die hatten wir doch gerade oben erst gefunden egal jetzt haben wir eine das wissen wir und das können wir abbauen wenn wir was sehen das ist schon mal sehr nice ach ja das gebiet hier kommt uns doch auch noch bekannt vor hier ist nichts mehr wie es war so tierfreund was haben wir hier noch eine feuerblume erhalten verflucht die zuckerrohrfelder sind abgebrannt verschwinde haben sie gesagt und der gute osorio verschwindet auch noch selbst dran schuld ach halt doch die klappe wer hat dir denn in die suppe gespuckt wer mir wer mir diese ganze insel ich sollte jetzt eigentlich in der küche von puerto sakariko sitzen was ist denn überhaupt los das ist doch die ganze welt geht den bach runter und du fragst mich was los ist nur falls es dir entgangen ist ich sitze hier mitten in der pampa und die feinen herren soldaten sitzen da oben in meiner küche was macht ein koch bitte ohne seine küche sich einen neuen beruf suchen du ich sage dir treib es nicht zu weit schade na gut fragen wir den mal ein bisschen aus was hier passiert ist was ist mit der plantage passiert na wonach sieht es denn aus die schatten haben hier gewütet wie eine herde warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem staub gemacht von dem zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig dann gibt es also auch keinen rum mehr gold richtig junge es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen privat vorrat und der bestimmt sehr klein was hält dich hier noch auf takarigua wehe du fängst jetzt an zu lachen aber naja als die anderen mit dem schiff abgehauen sind habe ich gepennt als kopf hat man halt einen anderen schlafrhythmus tja und jetzt sitze ich hier mit den eingeborenen immerhin bist du nicht allein ja toll die verstehen doch kaum ein Wort das stimmt wahrscheinlich die sind halt nicht deiner Sprache mächtig das stimmt natürlich so woher kriegen die Soldaten ihr essen wenn der Koch fehlt woher kriegen die Soldaten ihr essen wenn der Koch fehlt essen die kriegen fraß und kein essen punchen einfach alles zusammen was sie von bord geschleppt haben die schönen zutaten da kann man ja gleich ein paar warzenschwein in einen Latz um binden brauchst du Hilfe da brat mir einen Storch du bietest mir Hilfe freilich es gibt da tatsächlich eine kleinigkeit die du für mich tun könntest die wäre naja was ist eigentlich ein Bild gerade okay was für ein Vogel war das ja was weiß ich denn ein Vogel eben das einzige was ich weiß ist dass es kein Suppen Huhn war also pass auf bring du mir meinen Gold Beutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung sag mir nur Bescheid wenn du dich auf die Suche machst okay in welche Richtung ist der Vogel verschwunden das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert welcher Berg genau na der östlich von Puerto Saccharico du findest sicher ein paar Lianen an denen du dich hoch hangeln kannst und ist da viel Gold drin na gut bitt schön so Machete kann er mir verkaufen Krabbenstecher Offiziersdegen Enterschwert achso das hab ich Offiziersdegen 0 von 1 Eisenerz Perle ah daraus kann man Enterschwert machen oder was Enterschwert aus einem Offiziersdegen 20 bis 40 Schaden macht das und was haben wir für Ausrüstung ein Fechtschwert das macht 20 bis 25 Schaden Fähigkeit Stichwaffen beeinflusst Schaden 20 bis 25 und der hat hier eine Machete 20 bis 40 Schwerter beeinflusst Schaden ein leichter Offiziersdegen das wäre zumindest mal stärker wie unser jetziges das kaufen wir mal edler 3 spitz plus 3 plus 3 was haben wir auf dem Kopf auf dem Kopf Wurfdolche haben wir 14 Piratenpistole haben wir gefunden oh da können wir doch hier eine Pistole locker verkaufen und hier sogar noch Pistolen 5 plus 5 da verkaufen wir auch mal unsere Pistole so und das Fechtschwert das könnten wir einfach mal mitverkaufen so dann Wurfdolche die machen 30 Schaden ist aber lange nicht so viel wie die Pistole einen Hut haben wir derzeit gar nicht auf deshalb holen wir uns mal den Hut noch dazu oder den Hut mit Feder der ist nicht so gut den edlen Hut so und ich werde jetzt erstmal Schluss machen wir kaufen dann das nächste Mal bei dem noch bisschen weiter ein wir sagen mal Ende speichern an der Stelle nochmal drüber und dann verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns wieder wenn es heißt Let's Play Risen 3 bis dahin und ciao ciao euer Kelle bye